Hallihallo Leute, willkommen zur letzten Folge von Craft Attack Staffel 9. Ja, vorerst letzte Folge, das kann ich vielleicht ergänzen, denn es ist jetzt mittlerweile über ein halbes Jahr her, über 30 Folgen, über 30 Streams, seitdem wir hier begonnen haben im November und heute ist es soweit. Es gibt die letzte offizielle Folge. Ich bin hier, wo alles angefangen hat und zwar im Starterdorf, das wird zusammen mit dem lieben Basti, dem Josef, dem Kroko, aber auch RGB und Blizzard, den beiden neuen dieser Season, zusammen gebaut haben. Ich möchte euch heute mitnehmen auf eine Folge, in der wir noch letzte To-Do's erledigen, Tiere retten, ich denke, dass das ganz lustig werden kann und wir uns nochmal anschauen, wo ich mich in dieser Season bewegt habe. Worum ich euch auch bitten würde, ist, dass ihr heute mal in die Kommentare geht und euer ehrliches Feedback zu der Season und auch zu meinen Folgen schreibt, damit ich für die nächste Season was mitnehmen kann. Ich werde am Ende der Folge nochmal meinen Eindruck davon formulieren und sagen, wie mir die Season gefallen hat und ich würde mich freuen, wenn ihr da, wie gesagt, gerne was in den Kommentaren zuschreibt. Ich würde sagen, wir starten im Dorf und mit einer Erklärung, warum das hier vorerst die letzte offizielle Folge sein wird. Letzte Folge deshalb, weil ich eventuell nochmal ein, zwei extra Folgen mache. Das Projekt und den Content, den ich hier zu produzieren folge, den werden wir heute beenden. Es kann aber nochmal durchaus sein, dass irgendein Special zum Diktar kommt. Es kann auch sein, dass noch ein Special-Stream zum Diktar kommt. Es kann auch nochmal sein, dass etwas zu diesem gehassten Bauwerk, was wieder da ist, kommt. Aber es wird kein regulärer Content mehr in der Form geben, so wie ihr den bisher gekannt habt. Ich würde sagen, genug geredet, starten wir mal hier mit unserer Starterbase. Los ging es damals mit diesem wunderbaren, schönen Wikinger-Dorf, was wir uns so ein bisschen im Kopf ausgemeilt haben. Wir haben hier alle zusammen in der Höhle gestartet, die Ressourcen gefarmt und dabei direkt losgelegt. Farmen wurden gebaut, wie die Melonen-Farm, die Pumpkin-Farm und ganz, ganz viele weitere Sachen, die hier entstanden sind. Und das Wichtigste, was wir am Anfang gemacht haben, wo wirklich viele, viele Folgen draufgegangen sind, ist, dass wir hier eine große Villager-Trading-Hall gebaut haben. Die ist meiner Meinung nach bis heute das Beste, was man in jeder Minecraft-Welt machen kann. Villager sind vollkommen OP und wenn man genug davon hat mit einer guten Essens-Farm, hat man eigentlich, was die Ressourcen angeht, in Minecraft ausgesorgt. Was meiner Meinung nach diese Season nicht ganz so gut war, was auch mit den Villagers zu tun hatte, war, dass jedes Jahr ein Riesen-Run losgeht und jeder in der ersten Folge alles OP-Equipment hat, alle Verzauberungen hat, alles hat und deswegen immer so ein Riesen-Wettbewerb zwischen den Channelen ist. Da ich selber keine Idee habe, wie ich dem in den nächsten Season entgehen kann, würde es mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr da mal euer Feedback da lasst. Nachdem dann Kroko, Josef, beziehungsweise auch Blizzard, RGB und Basti ausgezogen waren, haben wir mit dem Kroko zusammen uns überlegt, dass wir das Dorf noch vollenden wollen. Im Ergebnis ist das jetzt ein sehr, sehr schickes Villager-Dorf geworden, der Kroko hatte noch viele Details ergänzt, wir hatten viele, viele Häuser hier gesetzt, hier oben die Technik eingebaut, eine Eisenfarm integriert und im Ergebnis würde ich sagen, ist das so genau das, was man sich unterm Villager vorstellt. Mit dem Basti hatten wir die ein oder andere Streitigkeit gehabt, der sogenannte Brückenkrieg, der hier sich über die ganze Insel gezogen hatte und leider sieht es aus, als wenn wir den verlieren, denn die nächste Obsidianbrücke ist hinzugekommen. Der Kroko wird zukünftig hier noch ein bisschen was am Tor machen, dem Basti eine Base bauen, aber das ist so das, was hier entstanden ist, so muss man es sagen. Danach, nachdem wir das hier gemacht haben, ging es für mich damit weiter, dass wir beim Shopping-District rübergezogen sind, wir haben uns verschiedene Sachen aufgeteilt und wir haben hier mit den anderen Nachbarn von uns sehr, sehr viel Glück gehabt, muss man diese Season sagen, und einige schöne Sachen erlebt. Was neu hinzugekommen ist, ist auch der Shopping-District und da habe ich mir zusammen mit dem Kroko die Villager-Shops letzten Endes gesichert. Das heißt, wir haben die Materialien verkauft, die auch hier im Shop letzten Endes durch Villager ertradet werden können. Konkret war mein Shop hier vorne die Schmiede, die wollte ich eigentlich damals zu was Größerem aufbauen und da kommt schon einer der Kritikpunkte so ein bisschen an mir selbst, der diese Season mit durchgekommen ist. Ich selber hatte leider nicht die Zeit gehabt mit der Maßarbeit, die ich haben wollte und als ich dann die Zeit hatte jetzt zum Schluss, ist es so, dass hier niemand mehr aktiv war und wenn niemand aktiv ist, muss ich sagen, macht das Spielen hier so in dieser Form, wie man das hier aufgebaut hat, nicht wirklich Spaß. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die Schmiede hier sehr, sehr gut in die kunterbunte Shop-Welt reinpasst und wir haben wie gesagt alle Tools, die man von Villagern ertraden konnte und Rüstung hier im One-Diamond-Shop verkauft. Dias haben wir damit eigentlich ganz viele eingenommen, Josef Spurzel ist auch sehr, sehr schick geworden, muss man sagen und dieses Jahr muss ich sagen, hat mir der Shop-Industrik mega gut gefallen, da ganz, ganz viele schicke Sachen und Ideen dabei gewesen sind und dabei sind, muss man sagen und das wirklich dadurch eine super schicke Gegend geworden ist. Ein weiteres Highlight oder ich glaube auch das Lieblings-Highlight von mir diese Season war tatsächlich das Stadion. Das habe ich zusammen mit dem Kroko, mit dem Josef, der die Technik gemacht hat und mit dem Klimm gebaut und wir haben hier ein Spiel namens Vörtelball erfunden. Das kommt aus Sky Attack, da hatte ich das Ganze als Idee mit hergehabt und die Idee war, dass man eine Schildkröte in ein Tor schießen muss. Das Stadion ist cool geworden, das Spiel hat Spaß gemacht, aber die Idee hinter dem Projekt hat mir gut gefallen. Wir haben hier ein riesiges Turnier mit allen Craft Attack Teilnehmern gemacht und wir haben glaube ich über 10.000 Euro, 10.000 Euro gesammelt an Spenden, die vier verschiedenen Projekten zugute gekommen sind. Wir haben von den vier Projektteilnehmern auch nochmal Danke bekommen, also von den Projektorganisatoren, diese Spendenprojekte, wo das Geld hingeflossen ist, haben da ein großes, großes Dankeschön bekommen und uns hat es eine Riesenfreude gemacht für die Projekte, das Geld zu sammeln. Das Turnier war super cool, die Idee dahinter war super cool und ich hoffe, dass wir das in den kommenden Craft Attack Seasons irgendwie hinbekommen, nochmal mehr zu machen. Der Spark hatte versprochen, noch mehr Minispiel-Turniere zu organisieren, als Gewinner hat er leider nicht gemacht, aber ich würde mich freuen, wenn wir hier irgendwie zukünftig noch mehr Events und Turniere für den guten Zweck machen mit allen Teilnehmern, weil Craft Attack ist ein Riesenprojekt, wir haben eine Riesenreichweite mit und die sollte man natürlich auch so nutzen, dass da wirklich für die Allgemeinheit was rausspringt. Für mich, wie gesagt, eins der absoluten Highlights, super cool, wirklich ein guter Zweck und hat auch einfach verdammt viel Spaß gemacht. Ein weiteres Bauprojekt dieses Season von mir war der Turm, der Craft Attack Turm. Den hat der Kroko gebaut, beziehungsweise wollte er bauen, muss man sagen, der Kroko hat es ja dieses Season leider, leider, leider auch nicht geschafft, so viel zu machen und zu tun, wie man das so von ihm aus dem letzten Jahr kannte. Die Idee fand ich mega cool, dass alle ihre Etagen bauen konnten, das Ergebnis, muss ich sagen, finde ich optisch so la la, auch wenn meine Etage sicherlich nicht zur optischen Befriedigung hier mit beigetragen hat. Die Idee fand ich super, schade, dass nicht alle daran teilgenommen haben und schade, dass das drumherum nicht fertig geworden ist. Da hätte ich vom Kroko, muss ich sagen, ein bisschen mehr erwartet, aber auch wie bei mir, es ist leider so, dass manchmal die Zeit nicht passt, die Dynamik und die Stimmung nicht da ist und das Ergebnis dann einfach nicht dann sozusagen so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Von meiner Seite ist hier oben drauf die pinke Etage gekommen, die sogenannte Hello Kitty Etage und da haben wir ein pinkes Wunderland realisiert, was denke ich ganz gut angekommen ist. Ich sehe aber auch, dass hier weitere Etagen mit hinzugekommen sind. Ich weiß gar nicht, ob das hier offiziell schon der Abschluss ist, den hier der Rotpilz gebaut hat. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schick und interessant aus und ich würde sagen, hier haben wir das Craft Attack Museum, das hat der Karawas hier gebaut und wir gehen einmal hier rein und gucken, ob noch was mit hinzugekommen ist. Nationales Craft Attack Museum, One Ticket steht hier. Wie man aber nach oben kommt, das weiß ich und zwar hier über die Treppe. Hier haben wir die Etage vom lieben Rotpilz, sieht auch sehr, sehr schick aus. Scheint so, als wenn es das Ende vom Tower ist und das war wie gesagt auch ein sehr, sehr cooles Projekt. Ein weiteres Highlight, was ich gebaut habe, war der Todes Jump'n'Run. Naja, tödlich war er für den GroKo auf jeden Fall, denn ihr seht, der ist sehr, sehr, sehr schwierig und meines Wissens nach hat es der GroKo noch nicht geschafft, den Jump'n'Run zu beenden. Ich muss gestehen, ich selber habe die einzelnen Passagen zwar alle geschafft, aber in der Gesamtheit, also von vorne nach hinten, hat es bei mir mit dem Jump'n'Run auch noch nicht geklappt. Die Idee hinter dem Jump'n'Run war, dass GroKo Craft Attack erst offiziell beenden darf, wenn er hier den Jump'n'Run geschafft hat. Wir hatten sowas schon damals in Sky Attack gebaut und ob er das wirklich schafft, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, schaut wie gesagt beim GroKo vorbei und ihr könnt mal reinschreiben, ob ihr glaubt, dass der GroKo es diese Season noch schafft, irgendwie den Jump'n'Run in irgendeiner Form zu beenden. Das Hauptprojekt dieses Season war für mich die Meta. Die Minecraft Earth for Ethical Treatment oder Treatment, oh ja, mein Englisch TH ist sehr gut, auf Animals oder for Animals, da ging es darum, dass wir hier Tiere retten konnten. Wie ihr gesehen habt, haben wir das sehr erfolgreich gemacht, Seepferdchen wurde gerettet. Ich weiß nicht, wenn ihr euch noch daran erinnert, schreibt mal Hashtag Seepferdchen in den Chat rein oder in die Kommentare rein, das war eine meiner berühmtesten Rettungsaktionen. Um die Tiere zu retten, die hier auf dem Server nicht gut behandelt werden, haben wir eine große Höhle ausgebaut mit vier Biomen, hier vorne einmal so ein klassisches Plains-Biom, ein Wüsten-Biom, ein Jungle-Biom und da hinten ein großes Eis-Biom. Und hier war der Plan, ganz, ganz viele Tiere in Sicherheit zu bringen und unterzubringen. Gut geklappt hat das nicht, ein Pferd ist hier übrig geblieben, ich glaub, der Hase ist hier natürlich gespawnt oder von da oben reingefallen, aber das waren bisher die Tiere, die wir gerettet haben. Das soll sich heute Abend ändern, ich werde mir nochmal ein, zwei Tiere retten, das seht ihr, wie gesagt, gleich hier in der Folge. Was bei der Mitte nicht fehlen durfte, ist natürlich das Geheimlabor. Das war jetzt eines meiner letzten Projekte, denn ich möchte jedes Season mit einem vollwertigen Bauwerk beenden, dass es einfach nicht heißt, ich hab einfach mittendrin abgebrochen. Das hasse ich an Craft-Attack, das hasse ich auch bei den Projekten der anderen Leute, deswegen möchte ich mit einem guten Beispiel vorangehen und habe hier meine Basis fertiggestellt. Das Ganze ist ein schönes, altes Labor, was so ein bisschen grünen Touch hat, sag ich mal, was runtergekommen ist und ein bisschen kaputt gegangen ist und das haben wir in den letzten Wochen und Monaten hier gebaut. Leider, wie gesagt, ohne andere Unterstützung, weil viele Leute nicht da waren. Indrinne ist es wunderbar geworden, viele Lagereinheiten, die leider nie sortiert worden sind. Ein schönes Aquarium mit den ganzen Zuschauern als Fischen und dann haben wir hier ganz viele Etagen mit verschiedenen Experimentierlaboren und Experimenten, mit großen Konferenzräumen gebaut, wo man sicherlich einiges erleben kann. Ganz oben drauf ist nochmal ein großer königlicher Schlafraum, die ganzen Spione, die wir hier erledigt haben, muss man ja so sagen. Und hier haben wir dann letzten Endes eine schöne Welt gebaut, sag ich mal, die man durchaus erkennen kann. Was es hier auch noch gibt, ist das große Geheimlabor. Hier kann ich unten reingehen und von hier komme ich dann in die Höhle rein, indem ich den unterirdischen Gang entlang gehe. Viel ist es nicht geworden, vor allem wenn man das letzte Season mit Temperatur vergleicht, aber ich denke trotzdem, ich kann jetzt hier ganz offiziell einen Haken machen, dass ich eine fertige Basis gebaut habe und damit bin ich für dieses Season zumindest soweit glücklich. Zur Beendigung dieses Projekts, dieses Craft Attack Season, werde ich nun nochmal ein paar Tiere retten, bevor es dann zum Ende hin nochmal ein finales Fazit von Craft Attack geben soll, wo ich so ein bisschen meine Kritikpunkte, die ich selber hatte, äußere und wo ihr das, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben könnt. Ich würde gerne mich nochmal ein bisschen beim Basti drum kümmern. Ich weiß, dass er noch zwei Pferde hat. Seepferdchen müssen wir leider nochmal retten, er hat nie die Maßnahmen eingehalten und ich werde dieses Mal Basti keine Nachricht schreiben und gucken, ob er das überhaupt merkt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was er dazu sagt. Da sind sie, die beiden. Niemand hat sich mehr um die beiden Tiere gekümmert. Das ist der Ferdinand und hier vorne ist das Seepferdchen, das von Basti auch als Seepferdchen identifiziert wurde, nachdem es bei mir im Pool war, massiert wurde und die Mähne ein bisschen umgefärbt wurde. Ja, das waren die Pferde, die ich retten wollte und ich werde es jetzt machen. Ich nehme mir mal den Ferdinand und werde mit ihm zusammen jetzt einmal in sein neues Zuhause gehen, dass er zumindest ein friedvolles Ende hier in Craft Attack verbringen kann. Das Portal ist jetzt auch besser zu erreichen. Wir gehen mit dem Pferd mal durch, beziehungsweise ich muss absteigen, damit das Pferd da durchgehen kann. Schade, Mojang, dass man da nicht durchreiten kann. Und hier haben wir jetzt das Pferd sogar ganz heil und gerade, ohne dass es irgendwie Schaden bekommt. Jetzt geht es zurück zu uns in die Basis. Man muss sagen, der Weg für das Pferd ist durchaus etwas gefährlich, wenn ich das mal hier so sagen darf. Können Pferde, wenn man mit denen läuft und die springen? Ja, die können auch nach vorne springen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier entlanglaufen, Gas geben und hüpfen. Ah, perfekt, ey. Wir sind schon Profis hier, muss ich sagen. Nein! Wo kommt das her? Nein! Nein! Ferdinand! Ferdinand! Nicht sterben! Dass wir hier jetzt noch so kampfkämpfen müssen. Ja. Der Ferdinand, der lebt hier gefährlich, kann man nur sagen. Ferdinand! Nein, 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 nein. Wir müssen dich jetzt erstmal heile zurück ins Meter-Hauptquartier bringen. Ferdinand ist wieder mit ein paar goldenen Möhren aufgepäppelt worden. Der Weg ist repariert. Und jetzt sollten wir hier entlang reiten können, dass der Ferdinand sicher und zukünftig hier gut einer rosa-roten Zukunft entgegenstrahlen kann. Dass ich jetzt hier nicht durchkomme. Minecraft ist ja wohl ein Witz. So groß bin ich doch nicht, dass ich hier hängen bleibe. Ey. Ja, perfekt. Und jetzt müssen wir hier noch einmal die Lücke überwinden. Denn Ferdinand, was machst du hier? Gut, dass du mit goldenen Karotten immer so schnell wieder gesund wirst. Die müssen wir doch mal zubauen. Und dann haben wir hoffentlich gleich das Ferdinand auch gut in Sicherheit gebracht, ohne ihn den Schweiß, äh Schweiß, genau, den Schweif zu verbrennen. Und der Ferdinand ist schon durch das Portal durch. Wie schaut's aus? Ferdinand, wo bist du? Ja, zu Hause angekommen. Wie gefällt's dir hier, deine neue Bude hier? Zack, den Sattel, den können wir dir mal kurz abnehmen. Und schön, dass du jetzt hier zu Hause bei der Meta bist. Jetzt fehlt nur noch Seepferdchen, damit ihr auch zu zweit hier in dieser wunderschönen Welt vereint seid. Seepferdchen ist auch zu Hause angekommen. Schön, dass du mit dabei bist. Und ich würde sagen, Seepferdchen und Ferdinand, es wird Zeit für euch beiden, dass ihr hier endlich in Frieden ein neues Baby bekommen dürft. Und ich würde sagen, dem Burschen oder dem Mädel geben wir jetzt erstmal noch einen feschen Namen. Aus Ferdinand und Seepferdchen wird jetzt Seedinand. Ich glaube, der Name könnte nicht besser sein. Und willkommen hier in deinem neuen Zuhause. Die Pferde allein dürfen nicht sein. Ich muss noch mehr Tiere retten, damit ich den Zweck als Meta jetzt auch hier als erfüllt ansetzen kann. Ich habe gehört, dass hier vorne noch ein einsamer Papagei hier drauf ist. Und den muss ich jetzt hier leider mitnehmen. Hat der Name freches Lukilein. Kann ich ihn retten überhaupt? Komm mal mit. Kann ich Papagei überhaupt retten? Die hingesetzt wurden? Oder geht das nicht? Es sieht nicht so aus, als wenn ich den in irgendeiner Form bewegen kann. Kriege ich den irgendwie in die Luft, dass er fliegt? Oder muss ich mir jetzt mal kurz einen Wassereimer holen, damit du wieder losfliegst? Wegfliegen will er nicht. Wassereimer ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich probiere jetzt mal die zweite Variante aus. Ey! Komm! Willst du hier mitfahren? Äh, ja! Ha! Guck mal hier! Da haben wir schon das freche Lucky Line eingesammelt. Ich glaube, ich habe bis zu meiner Basis einen Wasserweg theoretisch. Sehr gut! Lucky Line! Ich glaube, und du bist hoffentlich ready hier für unseren Sprung. Wir werden uns mal ooooh! ins Wasser begeben. Sehr gut! Perfekt! Jetzt bringen wir dich mal hier in Rettung. Der Papagei ist angekommen. Hier hinten müsste meine Basis sein. Ich habe ein wenig Sorge und Befürchtung, dass das hier, was ich hier mache, jetzt ins Auge geht. Ich werde jetzt mal hier hoffentlich vorsichtig das abbauen. Ich hoffe, dass die Papageien halbwegs schwimmen können. Ich weiß nicht ganz genau, wie das ist in Minecraft. Aber jetzt bauen wir das mal ab. Ja! Ich kann ihn an die Leine nehmen. Und kommt er jetzt mit? Ha! Perfekt! Endlich klappt mal was direkt beim ersten Versuch. Da werde ich doch fast ein bisschen sentimental. Papagei! Jetzt kommst du mit hier vorne in mein schönes, sicheres Geheimlabor und in dein neues Zuhause. Der Papagei hängt hinter mir. Er darf nicht stehen bleiben, sonst setzt er sich hin. Und Papagei, jetzt kommt die gute alte Paraschut-Taktik. Wisch! Komm mit! Komm mit! Warte, warte, warte! Du musst ins richtige Biom! Nicht hinsetzen! Nicht hinsetzen! Mitkommen! Mitkommen, mitkommen, mitkommen! Der geht in das Dschungelbiom, würde ich sagen. Nein! Bist du lebensmüde? Sicher, dass du jetzt hier sitzen bleiben willst? Sicher, dass du jetzt hier sitzen bleiben willst? Die stehen leider nur mit Wasser auf, die Papageien. Deswegen ist das hier ein bisschen gefährlich. Ich habe ein bisschen Sorge. Ein bisschen Sorge um dich, dass du irgendwie nicht ganz gesund bist. Komm! Ja! Komm, jetzt muss ich mich bewegen. Der darf sich nicht hinsetzen. Das ist das Schwierige. Weil das ist nicht mein Papagei. Ich kann ihn nicht Sitze machen lassen. Das kann nur der Spark. Und wir setzen ihn jetzt hier. Hier oben hin, würde ich sagen. Okay. Oder da unten. Gut! Freches Luki-Line. Jetzt bist du hier. Und ein letztes Tier retten wir jetzt noch. Das letzte Tier, was zu retten ist, ist das arme Pferdchen hier. Klim. Was das sollte, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, ob man die irgendwie zähmen kann. Nee, kann man nicht. Aber ich muss mir das Skelettpferd jetzt mal nehmen und gucken, dass ich das hier irgendwie aus Klims Atlantis befreie. Also, gleiten tut es nach unten schon mal gut. Aber die Frage ist, wie ich das nach oben bekomme. Ach! Noch eins! Okay. Ich rette nur eins. Ich rette erstmal nur eins. Sicher ist sicher. Und auch das Skelettpferd ist jetzt hier angekommen und im sicheren Hafen. So. Jetzt lass mich mal runter. Den Sattel nehme ich mir. Und willkommen bei deinen lebendigen Freunden. Und 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 und. Damit habe ich auf jeden Fall ein paar Tiere gerettet. Das Ganze füllt sich hier mit Leben. Der Papagei ist mit am Start. Und damit hat die Meta endlich ihren Job getan. Und die armen Tiere aus der wirklich dunklen, dunklen Herrschaft ihrer alten, nicht so tierfreundlichen Besitzer gerettet. So sollte das sein. Beim Diktor von Max wird es nun Zeit, den Fazit oder das Fazit für das Projekt zu ziehen. Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Für mich war die Season tatsächlich eine der schwächeren Season. Das ist jetzt meine vierte Season. Ich war in sechs, sieben, acht und neun jetzt mit dabei. Und ich muss sagen, die Craft Tech Season 8 mit dem Kroko, mit dem dunklen Turm, mit dem hellen Turm, das waren tatsächlich meine Lieblingsprojekte. Ich hatte auch mehr Zeit gehabt. Viel Kritik ist vor allem für mich selber gedacht. Denn ich habe keinen wirklichen Plan gehabt, was ich diese Season machen wollte. Muss man so sagen. Ich hatte die Masterarbeit, die da jetzt voll reingefallen ist. Mich hat sehr aufgeregt, dass wir im November gestartet haben und nicht als die 1.18 rausgekommen ist. Klar, ich kann es verstehen. Die Leute müssen Geld verdienen. Aber ich hätte gedacht, dass es besser gewesen wäre, wenn wir mit der 1.18 frisch gestartet sind. Genau wie viele von euch Zuschauern, damit man einfach zusammen die neuen Features erleben kann. Ansonsten planlos reingegangen, planlos weitergemacht. Die Meta hatte ich mir vorher überlegt, habe die viel zu spät umgesetzt. Die hätte noch viel cooler werden können, das muss ich sagen. Ich werde mir auf jeden Fall was überlegen, sowohl was Bauwerke angeht, als auch was einen Storyplan angeht, der in die nächsten Seasons reinpasst. Und ich würde mir wünschen, dass tatsächlich einfach nochmal das Zwischenmenschliche mehr im Fokus steht. Das hat mir in der 8. Season extrem gut gefallen, mit dem Josef, mit dem Kroko zusammen, mit dem Ork, mit der Orkarina, mit dem Troll, die ganzen Storys und Pranks zu machen. Das hat mir jetzt hier sehr, sehr, sehr gefehlt. Aber auch durch mich verschuldet einfach, dass zu wenig Zeit war. Insgesamt fand ich, dass die Stimmung nicht ganz so gut war. Viele Projekte, ihr seht es hier, wie bei dem Dicta, sind nie fertig geworden. Ob ich das hier fertig mache, schauen wir mal, vielleicht irgendwann in so einem 6-Stunden-Special-Stream. Aber, ähm, ja, für mich nicht die Favorite-Season. Ich weiß nicht, ob es die schlechteste Season war bisher, aber für mich, wie gesagt, nicht das gelbe vom Ei. Mich interessiert eure Meinung dazu, was ich besser machen kann. Lasst es mich, wie gesagt, wissen. Das hilft mir, wie gesagt, das in den zukünftigen Seasons hoffentlich ein wenig besser und interessanter zu gestalten. Die letzte Ansammlung, die jetzt noch für mich übrig bleibt, ist das obligatorische Nicht-Verstecken-Meine-Ausrüstung, sondern ich werde es hier in die Kiste tun. Diese Rüstung und auch meine anderen Sachen sind jetzt alle hier in den Kisten untergebracht. Ich werde mir jetzt nochmal einmal alle meine Schalker-Kisten nehmen, alle meine Tools und auch meine Bücher für die Börse. Und die könnt ihr euch dann, wenn die Welt zum Download irgendwann da sein wird, hier aus den Kisten nehmen und damit dann hoffentlich noch ein wenig was anfangen. Und damit ist das offizielle Craft-Attack jetzt vorbei. Ich hoffe sehr, dass euch die Season gefallen hatte. Ich hatte meinen Spaß. Viele schöne Momente waren tatsächlich natürlich auch dabei. Ich will nicht nur negativ eingestellt sein. Mir hat es Spaß gemacht, vor allem der Umgang mit euch, die netten Kommentare. Die rege Beteiligung war wieder wirklich super. Da möchte ich mich jetzt an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei jedem und bei jeder Einzelnen hier bedanken, die geschaut haben und ganz, ganz, ganz lieben Danke an euch. Damit sage ich jetzt zum letzten Mal Tschüss. Ihr könnt gerne ein Like da lassen. Ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen. Ich freue mich auf euer Feedback und sage hoffentlich bis bald zur nächsten Craft-Attack-Season und hoffentlich noch mehr bis bald zu anderen Projekten wie bei Minecraft Mystery. Bis dann. Ciao, Leute.